Hi YouTube und willkommen zur sechsten Folge von meiner One Million Dollar Haus Serie. Ja, heute stelle ich euch ein Haus vor von einem Spieler, der schon mal ein Haus gebaut hat. Das war glaube ich die dritte Villa. Ja, ich glaube die dritte war es. Da fliegen wir jetzt einfach kurz hin. Der Spieler heißt JohnRobot97 und ja, sein Haus war damals wirklich gut mit dabei, also vielen hat es gefallen. Und ich kann euch so viel sagen, das neue sieht noch um einiges besser aus, also schauen wir kurz wie er sich verbessert hat. Also er hat immer noch keinen Namen nachgereicht. Damals war das Haus 366.917 Dollar wert, so und ungefähr so groß. Ja, er hat natürlich ein neues Grundstück bekommen, weil er nochmal unbedingt eins bauen wollte. Und da fliegen wir jetzt kurz hin. Sein Haus befindet sich jetzt in der Riverside Wohngegend, also da wo das letzte Haus auch war. Das fünfte One Million Dollar Haus. Ja, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ah nein, das war gar nicht Riverside, das ist Smallville. Okay. Ja, und hier sehen wir es schon, also das Haus ist wirklich richtig geil. Also bis jetzt sogar einer meiner Favoriten. Das Haus nennt sich El Chalet und es ist 589.397 Dollar wert. Also er hat sich um gute 250.000 Dollar verbessert. Und ja, eigentlich geht es bei mir nicht ums Geld, sondern eher um das Haus, aber wirklich klasse Leistung. Sieht richtig gut aus. Und ja, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Hier hat er gleich so einen kleinen Garten gemacht. Also alles schön linear. So gefällt es mir am meisten. Hier oben steht ein kleiner Baum. Und ja, was ich richtig cool an dem Haus finde, ist, dass man hier nicht im Erdgeschoss reinkommt, sondern eigentlich im ersten Stock. Ja, dazu aber nachher mehr. Also gehen wir mal rein. So, hier hat es gleich so einen kleinen Eingangsbereich mit Sofa. Ja, der ist ein bisschen niedriger. Und man kann wirklich in fast jede Richtung schauen bei dem Haus. Er hat ziemlich viel mit Glas gearbeitet. Aber so gehört es sich auch für ein modernes Haus. Und fangen wir einfach mal im Schlafzimmer an. Das befindet sich nämlich oben. So. Hier haben wir dann so eine kleine Bibliothek. Da kann man sich auch draufsetzen auf die Bücherregale. Finde ich ziemlich cool. Dann kann man hier unten in den Garten schauen. Und natürlich auch hier in das Wohnzimmer. Da gehen wir nachher noch hin. Also er hat alles schön offen gestaltet. So mag ich es euch auch ziemlich. Und jetzt gehen wir ins Schlafzimmer. So. Hier hat er natürlich auch einen wunderschönen Ausblick. Er kann diesmal wirklich uneingeschränkt überall hinschauen. So. Und hier drüben auch noch. Da kann er quasi die Leute beobachten, die bei ihm zu Besuch sind oder kommen wollen. Man kann ja den ganzen Weg hier beobachten und auch zum Nachbar rüber. Also tolle Schlafzimmer. Hier haben wir dann einen Balkon. Von hier aus kann man natürlich auch ein bisschen die Landschaft bewundern. Da hinten lädt es noch. Und da seht ihr noch eine Straße, die führt zu Riverside. Das stelle ich euch demnächst noch vor. Oder habe ich... Nein, ich habe es noch nicht vorgestellt. Ja, da bauen jetzt inzwischen auch zwei Leute. Und ja. Jetzt gehen wir aber runter. So. Wir befinden uns jetzt momentan eigentlich im ersten Stock. Und deswegen gehen wir jetzt mal ins Erdgeschoss. Und hier hat er so einen kleinen Gang gemacht. Also mit ein paar Schränke. Das sind... Ich glaube bei dem Texture Pack sind das Wirkbänke. Sehen aber aus wie Schränke. Und ja. Jetzt gehen wir hier ins Wohnzimmer. So. Ein Sofa, aber kein Fernseher. Ja, warum der keinen Fernseher hat, das seht ihr nachher. Hat eigentlich einen ziemlich guten Grund. Ich glaube das gefällt euch auch. Und hier hat es so ein kleines Wasserloch. Wo das hinführt, das zeige ich euch ganz am Schluss vom Video. Das ist mir vorher erst aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass das da überhaupt runter geht. Aber ja, dazu später mehr. Hier kann man natürlich dann auch raus auf eine Terrasse. Mit zwei Liegestühle. Also ich weiß nicht, ob man das Terrasse nennen kann. In den Garten. Und ja, hier hat er natürlich auch ziemlich viel Privatsphäre. Also man sieht nichts außer der Nachbarlane. Das Haus habe ich das letzte Mal vorgestellt. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Und ja, sonst hat hier einfach bloß nur einen Wald. Und keine andere Nachbarlane. Ja, dann gehen wir jetzt einfach noch ein Stockwark tiefer in den Keller. So, da hinten war nichts mehr. So, da kann man nach links und nach rechts laufen. Wir fangen jetzt einfach mal rechts an. Hier hat er auch was Cooles gemacht. Und zwar so eine kleine Aussichtsplattform auf einem Lavasee. Der befindet sich gar nicht mehr unter seinem Grundstück. Deswegen hatte ich ja wahrscheinlich bloß so ein kleines Fenster reingemacht. So eine Art Aussichtsplattform. Also ziemlich cool. Hatte ich so auch noch nie. Und dann geht es hier noch weiter in einen Kinosaal. Ja, deswegen hat er oben im Wohnzimmer wahrscheinlich keinen Fernseher. Also ist wirklich auch ziemlich groß. Ich zeige es jetzt mal von unten. Wenn jetzt hier zwei Leute drauf passen, dann haben wir insgesamt zwölf Leute, die hier reinpassen. Also ziemlich groß für so ein kleines Heimkino. Alles voller Boxen natürlich. Und ich glaube man kann das Licht auch ausschalten. Ja, man kann das Licht ausschalten. Also das ist jetzt der Vorführmodus. Und dann geht das Licht natürlich an, nachdem er den Film beendet hat. Ja, sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier rüber. Das ist auch ein sehr cooles Badezimmer. Vor allem gefällt mir hier oben der Übergang zwischen den verschiedenen Deckenhöhen und dann geht es wieder zurück. Also sowas macht den Raum immer gleich viel lebendiger, wenn hier verschiedene Stufen mit drin sind. Und auch der Boden ist auch ziemlich cool. Dann hat hier ein Whirlpool oder ein normales, ja, eine normale Badewanne. Hier eine Toilette, noch einen kleinen Tisch mit Spiegel. Und hier hinten. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, was es darstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Falls du das Video siehst, John Robert, wird es eine Dusche sein oder etwas, was ich euch gleich zeige. Ich habe euch hier oben das Wasserloch gezeigt. Und da gehen wir jetzt ganz schnell mal hin. Das ist mir vorher erst aufgefallen, weil ich wissen wollte, was unter dem Wasser ist. So. Und dann habe ich das hier entdeckt. Also man steht hier und denkt, ja, ich muss jetzt ganz schnell aufs Klo oder so. Und dann springt man hier rein. Und dann ist das wie so eine Art Wasserrutsche. Also ich bewege mich gerade nicht, das ist bloß das Wasser. Und dann kommt man automatisch in das Badezimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Rutsche gedacht war oder einfach bloß so. Sieht auf jeden Fall cool aus. So eine kleine Rutsche hätte natürlich schon was. Ich meine, das könnte man dann auch als Schwimmbad verwenden. Also ja, wäre nett, wenn du uns ein bisschen aufklären würdest. Ansonsten war es das jetzt auch schon wieder von diesem Haus. Jetzt kommen dann gleich noch Außenbilder. Habe ich nichts vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Dann kommen jetzt gleich noch Außenbilder von der Villa. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns nicht am Montag, sondern schon am Sonntag. Und zwar aus einem ganz coolen oder schönen Grund. Mein Kanal wird ein Jahr alt. Und dazu werde ich natürlich so ein kleines Infovideo hochladen. Und das kommt wie gesagt am Sonntag. Da wird mein Kanal ein Jahr. Und dann sage ich mal danke fürs Anschauen. Bleibt noch kurz dran für die Außenbilder. Wird sich auf jeden Fall lohnen bei dem Haus. Und habt noch ein schönes Wochenende. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.